Im Bereich Fitness ist es selbstverständlich, Sensoren beim Training zu benutzen. Bei unserem Projekt Lisa übertragen wir dies auf das Lernen. Wir sammeln und analysieren Sensordaten, um damit den Lernprozess individuell zu unterstützen. An der HTW Berlin haben wir ein Sensorarmband entwickelt, das den Puls, die Körpertemperatur und die Luftqualität misst. Daraus erhalten wir Hinweise auf den emotionalen Zustand und auf die Lernsituation. Der Lisa-Lernbegleiter gibt persönliches Feedback und hilft Lernenden, Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Er gibt die Sensordaten an eine Anwendung weiter, die sich an die Lernsituation anpasst und Lernende individuell fördert. Bei den drei Unternehmenspartnern NeoCosmo, SGM Learning Solutions und Promotion Software werden die gesammelten und analysierten Lerndaten und Sensordaten in verschiedenen Situationen angewendet. Wir bei NeoCosmo nutzen sie beispielsweise in einem Schulprojekt. Über 1000 Schüler haben sich zum Digitalisierungsexperten weiterentwickelt und dabei wurden sie individuell auf Basis der Sensordaten angeleitet und ihnen Lernempfehlungen ausgesprochen. Im Lisa-Projekt haben wir ein Dashboard entwickelt, was den Lernenden auf Basis der Kombination von Sensordaten und Tracking-Daten aus der Lernumgebung ihr eigenes Lernverhalten visuell darstellt, verstehen lässt und bestenfalls Ansatzpunkte zur Verbesserung vermittelt. Promotion Software entwickelt einen Demonstrator, der mit den Präsentationsmöglichkeiten eines kommerziellen Computerspiels arbeitet und Lerninhalte im Bereich Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vermittelt. Das Sensor-Feedback verwenden wir dabei zur Steuerung der Intensität. Im Projekt Lisa wird die psychologische und didaktische Forschung vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und von der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt. Dabei wird untersucht, wie physiologische Daten im Zusammenhang mit Daten aus den Lernsystemen so über Learning Analytics aufbereitet werden können, dass Aussagen über Lerner auf affektiver und auf kognitiver Ebene möglich sind. Im Rahmen wissenschaftlicher Evaluationen wird dazu untersucht, wie diese mit Unsicherheit behafteten Informationen so in die Lerntechnologien der Praxispartner einfließen können, dass selbstgesteuerte Lernprozesse effektiv unterstützt werden können und wie der Lernerfolg gemessen werden kann. Die resultierenden didaktischen Konzepte werden auch vor dem Hintergrund von ethischen und rechtlichen Fragen entwickelt, welche angesichts der Daten, mit denen Lisa operiert wird, von sehr hoher Relevanz sind.